ARD Text im Auftrag von Funk Hallo, ihr habt mal ein Glück, ihr mitredet habt, willkommen an meinem Rosting-Kanal! Oder zu eurem kleinen Stop-Fangame und euch zusammen, One Night in Endgame Based from Ass Spring Bonnie Was Fat Ich hab ja schon durch das Spring Bonnie Was Fat gespielt und Let's go and see how I'm gonna own joke game hundred and play this game TACTICAL LUKE INCOMING What? LVER What? Ben, bêt du sie bhov Bêt du sie erbacher Bêt du sie erbacher 3 4 4 4 5 4 5 5 5 Ist ja, ist das Spiel verabschiedet? Du doofes Spiel. Wo ist das Spiel jetzt? One Night in Endgame. Deletos, play this game. Hektical milk incoming! Uuuہ! EHHHHH,clachala... Leute, nur auf was ideen die Menschen kommen, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Ea gela.. STEU oa a-a-a-a-tool Hallo rowoa Миhtchei Mit dem Video verdiene ich ja wieder gar nichts, ne? Ja, was will ich tun? Ich hab doch alles getan, was er will! Ich hab doch wirklich alles getan, alles menschenmöglich getan! Dann start's gleich nochmal! Welchen Sinn jetzt kapieren würde? Verstehste? Was ich machen muss, verstehe? Vor allem, was ich machen muss, verstehe? Aber ich weiß es nicht, Leute. Leute, ich kapier... Ich kapier es einfach nicht. Ich kapier es einfach nicht. Dann würde ich sagen, komme ich jetzt auch zum Ende. Ich zeige mir wieder so ein durchgeknalltes Joke-Game. Das war One Night in the End-Game. Based from a Springbony was fed. Ich zeige jetzt mal nichts dazu. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf einem Monster-Kanal. Bewertet auch dieses Video. Schreibt was in die Kommentare. Aktiviert den Logo. Und falls ihr noch keine Lampen auf der Butter aufs Kopf drückt. Press den Hit-Button. To subscribe ansonsten. Das ist das Leben, Mensch. Allein von fast miteinander verhauterlich. Und bis zum nächsten Mal. Ich sage tschöberlö. 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 Tschöberlö.